hallo allerseits ich wünsche einen schönen samstagabend das video heute geht um die sache die ich heute erst erfahren habe und zwar einer meiner youtube-lieblingskanäle wurde zum zweiten mal gestrikt das ist der kanal digitaler chronist ich habe in letzter zeit nicht mehr so oft reingeguckt ich hatte leider nicht die zeit den ersten strike habe ich noch mitbekommen den zweiten muss er jetzt in den letzten tagen bekommen haben er kann also nichts mehr hochladen die bisherigen videos kann man auch nicht sehen kann auch nicht nicht mehr direkt übertragen er hat aber in weiser voraussicht ja einen zweiten kanal eingerichtet für diesen fall da kann man ihn sehen der link zu diesem zweiten kanal den schreibe ich in die in die beschreibung dieses videos und ich bitte einfach jeden diesen kanal zu abonnieren bzw jeder der interesse an informativer unterhaltsamer berichterstattung hat was politik betrifft der sollte diesen kanal kanal abonnieren und in zwei wochen ist er wieder der erste kanal frei ich hoffe er kann dann auch weiterhin so unverblümt seine sendungen gestalten wie bisher wahrscheinlich muss er etwas vorsichtiger sein auf jeden fall wünsche ich ihm alles gute vielleicht kann er die zeit auch nutzen sich zu erholen oder neue ideen zu entwickeln oder was auch immer aber ich werde auf jeden fall ihn weiter verfolgen und ich hoffe dass auch jeder andere das jetzt tut und ich bitte darum diesen zweitkanal von vom digitalen chronisten zu abonnieren schönes wochenende noch